Musik 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 Das war recht komfortabel. Also der hält schon wirklich warm hier. Also es war nicht wirklich kalt. Das Problem ist dann eher die Schwimmweste. Die hat sich so stark aufgeblasen, die hat quasi Atem abgespürt. Aber es ist eben so, im Falle einer Ohrenwacht lag der Kopf eben über Wasser. Das ist das Gute. Aber ich habe mich so geiler Sekunde irgendwie exig gefühlt oder so. Ich habe da voll Vertrauen auf die Erfahrungen her. Der Schlimmste ist dann im Moment zu springen oder nicht? Was denn? Der Schlimmste ist dann im Moment jetzt selber ins Wasser zu gehen. Noch ein bisschen vieler natürlich oder nicht? Nö, ich bin der Tauber. Ich weiß nicht, was er macht. Nö, das alles klingt. Voll eine schöne Erfrischung jetzt.